Prozent Moin Moin Leute willkommen zur Folge in der wir sterben würden ja ich vergifte ihn und dann warten wir erst mal ab was hast du gemacht warte der kommt hier nicht rein, hab ich vergiftet nein, hier fehlt es dir, ey kann ich die ganze Zeit vergiften hier ja komplett erfängt Jörg Jörg Regener geht aber auch Leben ja aber er nicht so viele hatte das nicht erhält ich habe wir können schlafen das ist immer wieder aufstehen ist ja egal ob Tag oder Nacht hier stimmt wir spawnen jetzt immerhin wieder ja ich kann ihn schon schlagen von hier unten oh Leute, ich habe mir ein Herz gezogen aber nur geht er weg, wer gibt ihn wieder wie geil, soll er echt einen Boss schaffen? das ist so ein richtig heftiger Boss eigentlich ich gehe jetzt ja wenn wir den so begegnen blöde es tief das ist unsere Taktik geh mal aus dem Weg, geh mal aus dem Weg, geh mal aus dem Weg ich muss mich ja vergiften oh ja ich muss mich wieder vergiften, sonst wird deine Gitter zu schnell das ist echt ein spannender Boss kommt, Leute geh mal kurz weg, ich muss mich wieder vergiften der hat nur noch 5 Sekunden oder so ja nur ergiftet wieder ergiftet wieder ja, für nicht jeder muss köln ich bockst den die auch noch dazu, Alter wir töten echt 1830 ist der Regal, ich habe noch Zeit eine Folge geht noch Alter, da frage ich mal mit dem Auto hin Alter sind hier viele Kisten drin ja eben vergift ihn wieder, bitte das kann ich mal sagen Aua sauber, Alter oh, leif warte wir sind hier mal wieder jetzt gehst du wieder rein und schlag warte, nein, nein ich wollte gerade fackeln setzen, dann will ich die Zuschauer mal was sehen ach so, bei mir sehen die was, denn du musst die Helligkeit überstellen und auch ganz schnell mal hab ich, hab ich, hab ich aber mein Scherz ist auch fast kaputt, deswegen mach du mal und äh, warte, mach mal einen zweiten Gang, damit wir beide besser kämpfen, ich bin gegen ihn so das bringt nix okay, dann mach du mal Alter, er ist half-life, ne? jetzt weniger als half-life es ist so heftig, ne? stell dich vor, er explodiert, wenn er tot ist das sind wir gefickt und unsere Betten auch und unsere Sachen eh, aber dann haben wir was ein cooles Erlebnis was uns unser radeckes Leben ja noch, rat' einfach mal nur warte, ich komme mal aah! aah! Ein! Aah, zwei herzende Verlungen Ich bin 100 ich komme kurz Oh nein ich will wieder vergessen Nein, nein! Auch noch nicht. Get wrecked! Warte, ich nehme mal Essenzen, also ich nehme alles mit einfach. Ja, ich nehme auch einfach alles mit. Ja, Mann, wie geil! Ich hab'n Big Pink Rucksack! Geil! Ich hab'n Big Pink Rucksack! Ich hab' schonmal zwölf Dias wieder. Jawohl! Ich hab' nicht sprängstig, hab' auch Splatter mit Protection 3. Nice! Ich hab'n Feuer! Äh, ein Feuer... Äh, ähm, Speer. Ich hab' Ende-Augen! Sehr geil, ich öffne erstmal meinen Rucksack. Ja, muss ich grad' auch schauen, ich hab' Goldblöcke. Hier sind Goldblöcke und so drin alles, ne? Ja, das hol' ich mal Rucksack voll. Ah ja, Rucksack abgeben. Ich würd' sagen, das war schonmal richtig nice. Poison Arrow! Ah, damit kannst du vergiftelte Pfeile auf die Gegner schießen, wenn du die hast. Kannst du mir Rucksack geben, dann kann ich eine Scheiße wegnehmen. Ich würd' sagen, Protection 2. Helm und... Protection 2. Ich hab'ne Eisgranate! Hier vorne liegt Rucksack! Was bring'ne Eisgranate? Äh, nicht Hell! Jetzt hab'n Leben verloren. Geil, Alter! Wir haben grad'n Boss gekillt, Marc. Alter, wir haben einen Boss gekillt, ja. Das ist komisch mit Pussy-Modus um die Ecke. Warte, 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 warte! Ist alles aus so gut raus? Ja. So gut wie noch ein bisschen Eisen und so ist drin, das hast du aber drin gelassen. Echt, oh? Ah, ups. Ja, hier ist auch noch Essen drin, aber Essen kann man nie genug haben. Okay, komm, wir gehen mal wieder. Jetzt versuchen wir den Weg auszufüllen. Jetzt haben wir das, was wir überhörten eigentlich. Ja. Ey, mal, guck mal! Guck mal, was ich hab'. Ein Schild, aber der bringt dir nix. Äh, wenn du einen Jainswad hast, ist das genauso gut wie ein Schild. Okay. Wenn du blockst damit. Hier kriegen aber noch einen Gang weiter irgendwo. Den brauchen wir nicht mehr. Guck mal, wir haben den Boss gekillt. Was heißt die, das gibt's hier nicht? An Blut. Ich will hier einfach mal raus. Ich auch. Alter. Ich will das einfach mal rausbauen, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, die Frage ist wo... Ja, okay. Aber du hast die... Just try it. Äh, nein. Ach, ey, mein großen Rucksack ist die, glaub ich. Ja, warte. Ich hab den ja dann bei euch. Ist die da drin? Jaja. Du hast Elektrical Essenzen, wir konntest flugende Flugstäbe machen. Ich hab auch noch drei grad so dabei. Darf ich mal ganz kurz was testen? Danke. Warte, der ist zu doll aufgeladen, das traue ich mir nicht. Warte, mach einfach auf... Nee, mach rechtschleck auf mich. Mach einfach, ich hab ne Diaros und ich block mit dem Dings. Und wir haben das Bett. Ja, ich hab' ich schaden bekommen. Ich hab' nämlich geblockt irgendwie. Naja, egal. Ich baue jetzt mal ein paar hoch. Warum einfach gerade durch, erstmal? Ich möchte ihn, ob du vielleicht auch schon rauskriegst. Eizen. Nee, wir sind dafür 38er zu sehen. Ja, ich hab' jetzt da bekommen. Echt jetzt? Ja, warte mal. Jetzt hier unter uns lava oder so. Ja, komm. Oh, hallo Enderman. Ich würde sagen, es ist easy. Äh, warum... Das war ein anderer Vulkan. Nee, nee, das ist noch dasselbe Vulkan. Das ist mehr auf der Karte. Der andere Vulkan ist woanders. Ja, komm, jetzt renn einfach durch. Ganz ehrlich, wir müssen nur noch... Ja, okay. Ah, die hat mich grad fast in die Lava geschubst, die Leute. Erstmal Goldaufel. Spaß. Der bringt dir jetzt irgendwie nix mehr. Ja. Lauf, lauf, lauf. Aber ich bin und... Okay, Skelette sollten wir vielleicht töten, weil die zufällig sind. Nee, nee, warte, ich kann weiter los. Jo. Mach das. Alter Falter. Oh, da bin ich grad hängen geblieben. Oh, da guck mal, das ist ein Flipper. Eizen Smaragd. Brauchen wir den? Nee, ne? Nein. Obwohl da unten ist ein Dorf, aber die bieten uns eh nur Diasachen oder so an. Läppesche Diasachen, alter. Alter, wie geil. Ich freu mich grad richtig, obwohl das einfach Pussy-Modus war. Ich auch. Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen würde. Epic und un-epic-Boss-Fight. Neben dem Vulkan. Ja. Ich nehm meine Folgen einfach so wie deine heißen. Du bist einfach so zwei Minuten später hoch, um zu sehen. Ja, genau. Wir sind fast oben. Wir sind fast oben. Okay. Das können wir gleich hier nachklären. Wie viele Folgen hast du noch Zeit? Ähm, nach der muss ich jetzt weg. Oh, okay. Warte, wie lange geht die jetzt schon, die Folge? Naja, wir haben den Boss auch angefangen. Es wär krack, wenn ich es zu kurz geht, mein AA und so. Lange geht. Ach, ich bin jetzt hier wieder bei unserem Koppelweg. Und es geht gleich wieder lang. Was ich glaube, wir sind schon bei 10 Minuten oder so, ne? Nicht ganz. Ah ne, da geht keiner mehr. Sorry, ich muss um 7 da sein, jetzt 35. Dann machen wir bis zu 35. Ja. Ja. Dann wird das in extra lange Folge. Wuhu. 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 Guck dir eh keiner bis hierher. Aber egal. Ist doch scheiße gern. Ich war immer Spaß dabei. Bei uns Spaß ist die hier rumschreien, guckt sich das eh keiner an. Die einfach fliegt, obwohl nix los ist. Ja. Ich mein. Habe ich gesagt, dass es hier gefährlich sein könnte? Ich hab den Hut. Warte, ich baue jetzt mir hier einen krassen Weg rum. Äh, eigentlich hast du nicht gesagt, dass es hier gefährlich sein könnte. Naja, ich meinte nur so Vulkan. Vulkan, die sind ja schlecht. Ja, draußen. Ja, danke. Warte. Ich hab keine Spitzsacke und häng jetzt hier unten, ne? Ja, tschüss du. Hier kommst du. Ach, ich nicht. Ach, oh. Da war ja was. Danke. Ja. Alter. Alter, komm, wir gehen mal hier hoch. Oh ja. Lass uns zum Dorf rennen. Ja, ja, mein ich ja. Da können wir uns ja niederlassen. Da ist noch eine Festung beim Dorf. Ja ich weiß, so eine kleinere. Zum Dorf gehts hier lang, Niklas Hier runter. Hier lang. Nein, hier runter. Hier lang. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Keine Sorge. Ich hab auch ne Karte. Ich hab auch ne Karte. Ja, wir sind fast genau wieder nebeneinander. also wir müssen einmal durch den Wald, weil den ist richtig doll leckt in den Wald. Das ist die Giraffe. Oh, guck mal was hier ist. Guck mal mit, Marc. Nicht das Portal, nicht das Portal. Da ist ein Portal, da ist ein. Niklas, baust nicht ab. Du kannst euch jetzt zwar immer hassen, wenn du es abbaust. Nein. Hier ist ein Rift. Niklas, nein. Also ich geh zu dir doch. Was ist denn so schlimm an einem Rift? Naja, der zerstört alles in der Umgebung, wenn man kein Rift Remover hat. Ach, lol. Wie macht ihr das? Na, na, hallo, du Giraffe. LOL, ha! Ha, ha, ha. Ja, drop mal schön, steak, du Giraffe. Alter, das ist doch schon groß. Ey, lass mal erst mal die Festung daneben machen, bevor wir ins Dorf gehen. Alter, ich hab grad richtig die Frame Drops, egal. Ich hab drehen, 30 FPS. Ey, lass mal die Festung daneben machen. Ich hab bestimmt 19 oder so. Ah, nee, 33, 39. Ey, Kollege, wir machen erst mal die Festung daneben, die sieht episch aus. Kommst du? Mark? Mark? Ich bin grad vor der Festung. Mark? Ja, hallo. Ich glaub, der Server. Auf der Lärmste hörst du mich noch, ne? Ja, ja, ich hör dich noch. Okay. Ach, hörst du mich auch noch? Ja, ja. Ich dachte grad, ich hätte uns das connect. Ja. Ihr seid von Nashorn vor der Festung. Ne, wo bist du? Der Server hat seine vier Minuten. Ich bin direkt. Ah, gut, das hat er geladen, als er einfach schnell geleckt hat. Ja. Na, das Nashorn hier ist auch schlecht. Ja, dropp mal hier schön. Vergriff das Fleisch oder so. Okay, ich würd sagen, YOLO. YOLO. Jetzt haben wir alles gesehen. Ja. Ah, 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 hallo. Ja, komm, lass sie mal machen. Die können nicht so stark sein. Ne, das ist ein Skelette. Wir haben gerade ein Bosnenspiel, ganz ehrlich. Piste. Oh, geh mal bitte in den Goldneboden! Ja, ey, ey, das Resport, frischlich schnell. Ey, lass mal hier die Scheiße hier liegen. Ist seiner Bogen kommen. Ja. Ach, du die Wetterverzauberung. Aber der ist so ganz so gut, glaub ich. Ich hab an잡' hängt, denke ich, gleich mich auch nicht auf – Oh, hier, guck mal, wir sind hier, Vend luego, das wird ja auch immer schön. Oh, jo. Ey, ey. Ey, ich schлыper. Da oben auf dem Ort. der Echt ist die er ist wieder hallo Skelette ihr seid alle voll schlecht ich habe das dann nicht an der Nix ein Lederrusser und da denkst du kannst was gehen machen ich muss gleich mal meinen Schwert erneuern ich laufe einfach im Kreis und die komme ich nicht hin ich habe die überfordert Alter und ich hab sie vergiftet komm her, ich hab die überfordert aua ich hab mich einmal mit dem Bogen getroffen ich hab mich einmal mit dem Bogen getroffen ja, ich hab mich mit dem Bogen getroffen ganz ehrlich das war nicht gut für das Alter, das ist auch so ne Jogi, äh so ne Dings-Insel aus ähm so ne Jogi, äh Dings-Insel aus Dings oh, Alter, ich denke du stehst vor mir echt ja, komm, bitte wollen wir nicht mal zusammen durchgehen dürfen vielleicht wir sollten etwas danken hier machen ich kann die Snyper jetzt mal schneiden ey, hier sind halt ich hab ein, äh, ich hab ein Hebel gehen drückt drückt oh, ich hab den ich hab die Forte in der Festung geöffnet sauber ey, das könnte unsere Festung sein eigentlich ja, ich lass den mal oben, denn das ist unsere ich stehe vor, das Boni hier trotzdem noch weiter ich sterbe grad fast ich sterbe grad fast ich sterbe grad fast der hab ich in ne scheiß Kombo genommen ich sterbe grad fast los jảy los jazre los jazre tschüss k k tier meinte jazre user jazre hat Papa Papa das ist die Muf das ist die Mufu vor allem die Städte die Top-Essenzen der so geil wie die Piraten weiter mit dem er hat das Wort erlaubt aus der Super die sich runtergeschlagen habe es alle es sie sind Wartemann da die aber den Topf so ist voll schlecht Juppies verschlechtert EPL es kommt hier habe ich auch her was ich komme hat auch ein bisschen weiter aber es ist gestorben ich bin er war ein hier denn er kommt da schon bitte so ein episches tor im auto auf für mich das ist nicht lustig wir haben unsere betten da gelassen ja komm hier komm mit komm hier rein hier sind die guten sachen alter ich bin dran guck mal an die deckel wenn wir nicht drin müssen ja ändert uns warum naja das zeige schaus hier geht es runter hier geht es runter weil es so dunkel ich denke ja die haben doch hier nix ich beküfte alles was hier kommt diese post binne geil ja ich brenne ja die mannschild du hast ja feuer protection also ist nicht so schlimm wo wir hier unten hier ist ein haken hier ist ein haken oder so ist einfach gefährlich ist komm mal kurz ok was soll ich denn ach so das war ein Bild ach doch nö nee nein zurück 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 bau die ab bau die ab und zurück das drücken es öffnet sich dann die ganze zeit da hinten die öffnet sich da hinten die ganze zeit und da kann man runterfallen nein warte mal kurz wir umgehen das system ich will einfach durch gerannt ich bin ein ungeduldiger mensch ich werde durch gerannt ohne alles da sind sie hier sind schon mal safe sein warte kurz die klasse da wird man wahrscheinlich so zu schlecht oder so ach quatsch doch ja Junge ich brauche hier ab und wieso oh oh jetzt ist das interessant jeden würde es interessant machen ey lauf da einfach drüber nein wir müssen safe machen oh Junge ja ganz ruhig guck mal wer rennt rüber ahaha warte warte nein warte lass wir bauen die einfach ich bau die ab ich bau die ab ich bau die ab druckplatte für druckplatte wir müssen einfach nur safe zum ausgang kommen der ist alles gut der ausgang ist hinter uns warte nicht auf der druckplatte gehen ich brauche erstmal alle absichert BAM 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 du musst die Essenzen zu einsammeln ich habe kein Inventables mehr oh und du hast den Rucksack aber doch nicht aus der Letzte wo er kommt weil er jetzt für mich hat sie zu freuen alter Letzte Brotiger und ich erschrocken war das nicht und es ist nicht das ist einfach passiert katsch ich habe ja nichts hallo ich bin ich auch noch einmal hier wird einfach sein Quatsch hier wird nicht sein auf eigene Gefahr hier ist ein Knopf hier ist ein Knopf geht und als Endesgang ist okay nee warte Baum Block auf dem Boden ab Halt's Maul ich will den Knopf drücken Junge warte 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 noch nicht das ist eine Falle hier so was hätte dieser komische Knopf dann bewirkt oh hier ist eine Kiste ja ach nee hier sind Diamanten drin ja ich habe das Beste ich habe das Beste was hast du ich habe das Beste ja was ist denn das sag mal ich kenne das was ist das mit dir ein achten so ein Teil du musst mich damit schon treffen ne wow ja dieses Heißen ganz geil du musst auf die Uhr gucken mal in Folge beenden also kommen wir gehen wieder hoch ja ich habe übrigens keine Uhr offen also egal wir spielen noch im Viertel vor sieben eh jo das warst du für diese Folge ja Leute ich hoffe es hat alles gefallen und tschüss tschüss tschüss